Seit über 100 Jahren stellen wir bei Berlin Chemie lebenswichtige Medikamente her. In langer Tradition verbessern wir so die Lebensqualität von Millionen Menschen. Unser breites Portfolio an modernen Arzneimitteln hilft Patienten auf der ganzen Welt bei der Vorbeugung und Behandlung von Erkrankungen. Darunter auch Volkskrankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck. Auch in der Forschung ist Berlin Chemie gemeinsam mit der Menarini Group ein weltweit führender Player. In den modernen Produktionsstandorten in Berlin Adlershof, Berlin Brez und Kaluga in Russland fertigen wir Tabletten, Filmtabletten, Dragees, Säfte, Tropfen sowie Suppositorien. Wir vertreiben Medikamente auf der ganzen Welt. Unser Kernabsatzmarkt erstreckt sich dabei auf über 25 Länder. Von Deutschland über Osteuropa, Zentralasien bis hin nach Asien. Mit über 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir eines der führenden Pharmaunternehmen. Allein im Jahr 2020 erwirtschaftete Berlin Chemie einen Umsatz von über 1,5 Milliarden Euro. Über 180 Millionen Packungen Medikamente verlassen bei uns jährlich das Band. Tendenz steigend. Mit modernsten Produktionsanlagen und einer jahrzehntelangen Tradition in der Herstellung von Arzneimitteln zählen wir heute zu den erfolgreichsten und führenden Pharmaunternehmen in unseren Märkten. Darüber hinaus hat sich Berlin Chemie zu einem der Hauptforschungsstandorte der Menarini Group entwickelt. Denn wir sind für das italienische Traditionsunternehmen ein strategisch wichtiger Partner für den Absatzmarkt im geografischen Osten der Welt. Allein über 120 Millionen Euro wurden daher seit 2010 in den Standort Berlin investiert. Nicht zuletzt stehen wir aber auch für soziale Verantwortung. So gibt es seit über 40 Jahren eine geschützte Abteilung, in der Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen arbeiten. Über 25 Millionen Euro hat das Unternehmen seit 1992 in den Umweltschutz investiert. Doch was steckt hinter diesem traditionsreichen Betrieb? Wie hat alles begonnen? Schon vor über 100 Jahren wurden bei Berlin Chemie Medikamente hergestellt. Johannes Karlbaum gründete 1890 das chemisch-pharmazeutische Unternehmen Karlbaum Laborpräparate. Die damalige Fabrik steht bereits auf dem heutigen Betriebsgelände der Berlin Chemie in Berlin-Adlershof. Nachdem die Firma 1927 mit der in Berlin-Wedding ansässigen Schering fusioniert, gehört sie zu einem der grössten chemisch-pharmazeutischen Unternehmen des Landes und wird zur Schering Karlbaum AG. Nur zehn Jahre später, im Jahre 1937, erfolgt mit der kompletten Übernahme durch die Schering AG eine strategische Neupositionierung. Ab jetzt konzentriert sich die Produktion auf chemisch-technische, aber zunehmend auch auf pharmazeutische Produkte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges liegt das Werk Adlershof der Schering AG in der sowjetischen Besatzungszone und damit in der später gegründeten DDR. 1948 wird das Adlershofer Werk verstaatlicht und in einen volkseigenen Betrieb umgewandelt. Ab Mitte der 1950er Jahre firmiert dann das Unternehmen als VEB Berlin Chemie. In den darauffolgenden Jahren entwickelt sich der volkseigene Betrieb dann zu einem der grössten Chemiebetriebe mit Arzneimittelherstellung in der gesamten DDR. Kurz nach dem Mauerfall wird das Unternehmen für die Zukunftssicherung in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Das führt auch zu einer Umorientierung. Berlin Chemie ist nun ausschliesslich auf pharmazeutische Produkte spezialisiert und richtet sich in der Produktion nach internationalen Standards. Mit der Wende wird die damalige Treuhandanstalt mit dem Verkauf der neu gegründeten Berlin Chemie AG beauftragt und das Vorhaben international ausgeschrieben. 1992 kauft das grösste italienische Pharmaunternehmen, die Menarini Group, in dem internationalen Bieterverfahren die Berlin Chemie AG. Die Übernahme ermöglicht umfangreiche Investitionen in Gebäude und Instandhaltung, um das Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. So hat sich Berlin Chemie über die letzten zwei Jahrzehnte zu einem international breit und erfolgreich aufgestellten Pharmaunternehmen entwickelt. Seit mehr als einem Jahrhundert sorgen wir dafür, dass Patienten sich auf uns verlassen können. Und das soll auch in Zukunft so sein. Auch in den kommenden Jahren fokussieren wir uns auf die Forschung im Interesse des Menschen. Besonders das Indikationsgebiet Onkologie steht hierbei für uns im Mittelpunkt. Dafür bilden wir sogar aus. Über 60 Auszubildende und Pharmazeutinnen und Pharmazeuten im Praktikum beginnen bei uns jedes Jahr ihre Ausbildung und übernehmen so Verantwortung für die Zukunft. Wir sind Berlin Chemie. Wir stehen für das Leben.